und herzlich willkommen zurück euer gb crazy ist mit dem start zu www gc virus vision ist nicht ready to be das war ein weh zu viel bw gc ist klar das gute alte virus muss mal ready drücken ich wollte euch mal kurz aufs technische zu bringen also ja es gab gestern hatte ich mit crazy aufgenommen aufnahmen direkt schmeißen war ja kein spiel sound und die runde war gar nicht mal so schlecht auch wieder das gleiche problem und dann machen wir dann in obs musste dann einstellen falls ihr das auch haben solltet geht ihr auf einstellungen dann geht ihr auf audio und dann tut ihr von geräte desktop audio 1 deaktivieren und desktop audio 2 auf laut also das was hier drinnen haben wir uns nicht noch zu zeigen hatten auch was oder das ist für die wissen gar nichts wird wir müssen dort sich vielleicht mal bewegen das ist schön wir wollen vielleicht ich musste erst mal die quelle aus ich habe kein bild gesehen die hundschwörst du dich ja ja hoppli hier ist ein generator der kommt doch hier rüber wieso muss ich genau den schrank aufmachen du musst einfach die scheiß schränke in ruhe lassen das ist schon wieder rot nein ich habe ja wahrscheinlich jetzt ich hatte gerade einmal weiß hallo hoppli ich weiß du mag es nicht so lehren tritt mal den chen runter ja mach warte ist hoppli geh du mal gehst du an oder ich nur nicht den generator fertig man kommt hier rüber ich warte bis du da bist dann mach ich den generator fertig ja warte mal geh ich noch in der hütte ja jetzt schießt sie gleich die haxt das ist immer toll bin ne wolke bin ne wolke ach guck mal was wir hier haben immer wieder praktisch hier kommt die erinnerung mit dein scheiß wie geliebt kein bock auf sich schnell fertig schrei doch nicht so laut die machen die die kommt nämlich jetzt alter ist die blind ach nee die jacht ja jemand ok dann ist er doch nicht blind ja genau er wischt mich wieder oh hallo sorry du bist so ein hässliches Kind ey die erb die verfolgt dich nicht die sucht hier hinten noch die hat dich wahrscheinlich aus den Augen verloren komm mal zu dem generator hier dann kann ich dich heilen ja ich mach schon hier mit aber nicht packen bitte geht's crazy die geht wieder Richtung tanke meistens kommt die wieder zurück die ist vor der tankstelle ich sehe aber einmal ein abdecken bei OPS und so verständlich dann wieder ein bisschen weiter das ist der letzte ja das ist normal bei den abdecken da muss der alles noch kontrollieren ob das wohl alles richtig ist dahinten läuft das lass die laufen das schütze im Obeläschen ich werde später einladen ja wir müssen jetzt auf die andere Seite der MEP also auf die andere Seite der Tankstelle ganz nach links weil das ist jetzt feistlich ja noch auf meiner Seite MEP zu machen Platsch ja hat er ja hat er ja hat er boah den hat ihn komplett runter gedreht was ist denn das für ein böses Hoppelhese du gehst in den Schrank ich schwör es dir bläst du du hast die noch hinter dir her ne ne die hat mich verloren die alte Schachtel die hat mich komplett runter gedreht Die wird sich jetzt ärgern. Hinter mir, die schon auf Nügel mache ich die Generator-Felde. Boah, Blatter. Lumpenlust, Alter. Die wird sich nicht ärgern. Jetzt kommt gleich die Axt. In den Rücken. Verwehre euch. Kratsch. Das ganze rückt gerade immer. Kratsch. Ey, Alter. So bekomme ich. Ja, ich sag's doch. Jetzt kriegt er die Axt. Wir sind gerade am letzten Generator-Felde fertig. Wir sind zu zweit hier dran. Ich hab hier auch noch einen. Ich mach mal den Ausgang. Mach mal einen. Bestanden. Wow, da hat er auch. Oh, das war knapp. 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. Okay. Ich bin am Ausgang und mach gerade auch. Am rechten oder am linken? An der Tankstelle. Da hat ein Virus gejagt jetzt. Komm mal links, Virus. Komm mal links. Geh mal raus. Ah, ist ja nicht mal ein Virus. Oh. Wie kann man das zeigen? Ich hab schon wieder vergessen. Eins oder zwei. Komm, 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 komm. Komm schon. Ist ja noch ein Totem. Gucken wir mal nach Totems. Habt ihr noch an der Backe hier, Alter? Hier, aus rechts runter ist der Ausgang. Ah, 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 ah. Doch, das ist zu spät, Johan. Nein, Satelfer. No. Und ja, nö, ich habe mich hätte suchen. Ich such mal ein Totem. Scheiße. Es ist blöd, dass ihr natürlich jetzt schon wieder einen Ausgang aufgemacht habt. Ja, warum kannst du nicht so ausgehen? Mach Totems. Such Totems. Alle waren Totems schon. Meine Leid, meine Lebensleistung ist noch komplett voll. Such Totems, mach die weg. Voll auf die Beppe. Hol mich runter. Hol mich runter hinten. Hol mich runter hinten. Nun fützt du mich. Aufgang aufmachen, runter holen. Ich bin so schräg dem Appauern. Der andere auf, der wird Nerf Ihnen nicht helfen. Oder? Ich weiß nicht. Immer mal ein Aufgeraus. Und? Rennen nach rechts weg. Ja, sehr gut. Kann ich auf beide abhängen. Der andere sollte... Doch, Mann. Der ist ja mutter wahrscheinlich von der Dingsky, ja. Ja. Hol mich runter. Komm, 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 komm. Kommt wieder in meine Richtung? Ist die bei mir? Oh, Virus. Ist die bei mir? Oh, Virus. Hau ab. Äh. Die rennt jetzt rechts her. Kannst mich abhängen. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Die sucht weiter, Virus. Die sucht immer noch nach dir. Die sucht nach dir, ja. Oh, nein. Nein, jetzt seht sie mich ab. Der war für die Dreck. Abhauen. Bewege dich, bewege dich, bewege dich, bewege dich, bewege dich. Versuche jetzt noch Tracy runterzuholen. Wer ist die bei dir, oder was? Warte mal, guck mal. Ja, ja, ich seh sie nicht. Ja, ja, doch, die ist ja da. Irgendwo wird sie schon sein, aber ich seh sie gerade nicht. Ja, bei mir gerade. Hinter mir. Ich weiß nicht, hinter mir war sie. Virus, wir müssen raus. Guck mal auf die Leiste. Oh nein, Kreis, wir gehen raus. Nein. Scheiße, was hast du denn auch? Ich werde von der Natur gefressen. Ich werde von der Natur gefressen. Ich werde von der Natur gefressen. Ich weiß nicht. Oh, scheiße, es tut mir leid, Alter. Das war so knapp. War knapp, war knapp. Also, nicht. Nee, scheiße, wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Runde Halle-Potos wegsetzen. Da kommen wir nicht drum rum. Sonst wird das mal eine Arschloch-Nummer, ey. So, Freunde, bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut, eure WBGT. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.